Brustbein. Brustbein ist ein Knochen am Brustkorb. Brustbein ist insbesondere das Sternum, S-T-R-N-U-M, ist der medizinische Ausdruck, der lateinische Ausdruck. Brustbein ist deutsch. An dem Brustbein sind die Rippen befestigt, wie auch das Schlüsselbein. Das Brustbein ist also ein Teil des Knochengerüstes und schützt die Lungen und das Herz. Im Yoga empfiehlt man, den Brustkorb zu öffnen und die Schulter nach hinten zu geben, wann immer man sitzt und steht. Wenn man Bauch und Brust weit macht, dann können die Chakras sich öffnen und man fühlt sich mit offenem Herzen weit und souverän.